Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde das geile Game Ghost Cleaner. Schauen wir mal wo wir waren. So, wir sind anscheinend beim Level 26. Oh, auch sehr interessant. Hier haben wir wieder die Kiste. Wir müssen das ganze bisschen instabil wieder machen. Ich glaube das geht auch gar nicht das instabil machen. Scheiße, da weiß ich jetzt nicht recht wie man da... Okay, instabil machen. Alles klar, alles klar. Also zuerst mal oben, dann mal unten. Hier ein bisschen so rum. Ja, so. Dann werden wir hier mal volle Wäsche, dass das absprengt und abprallt und hier alles kaputt macht. So, die da oben müssen wir noch. Hopp. Also im Moment machen wir es nicht so gut glaube ich jetzt, aber ist egal. Wir machen da weiter jetzt. Schauen wir mal wie sich das noch entwickelt. Oh, ein bisschen nach rechts in die Gefriertruhe. Ich habe noch keinen einzigen in die Gefriertruhe gekriegt, Leute. Das ist mies. So, ich werde schauen, dass wir das schaffen. Das heißt, ich scheiße ein bisschen auf die normalen und werde die die pinken hier machen. Jawohl, genau. Geht hier schön rein. Jetzt liegt der da oben, oder was? Jawohl. Okay. Kein Problem. Kriegen wir noch. Den wird auch noch treffen hier, oder? Ja. Und den auch noch. Das hat sich orientiert. So, dann werden wir hier mal aufmischen und da noch aufmischen. Und wir haben zwar nur zwei Sterne, aber ist okay. Ist okay. War ein sehr schwieriger Level, finde ich. Also, der war mit Sicherheit nicht ohne. Aber interessant, interessant. Einen sogenannten Nerv Level habe ich bisher noch nicht gehabt. Einen, was ich nicht so mochte. Ich weiß aber nicht. Oh, das ist ja lustig. Haha, was machen wir hier? Ich wollte nur sagen, voll reinpfeffern. Einfach mal rein in die Ecke hier. LOL. LOL. Und dann stürzt es zusammen. Ist das geil. Ey, das ist ein cooler Level. Den spielen wir auf jeden Fall nochmal, Leute. Den spielen wir auf jeden Fall nochmal. Den will ich nochmal sehen. Natürlich werden wir den jetzt hier beenden, aber den möchte ich gerne nochmal. Der ist echt cool. So, wir müssen hier ein bisschen Zack-Bomb-Bang-Taktik machen. Genau, da muss alles zusammenfliegen. Und rutsche runter. So, jetzt schießen wir da rein in das Loch da. Oh, das hat jetzt nicht so viel. What? Sollte das nicht zusammen... Oh, Neustart. Ha! So schnell kann es gehen. So, dann werde ich den da abballern. Sehr schön. Das fliegt hier alles wunderbar zusammen. So, wir müssen die da oben noch... ...abballern. Oh, Ne, 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 Ne. Oh, nur einen getroffen. Das ist nicht gut. So. Aber jetzt wird... Oh, come on! Ich treffe hier zu wenig. Der muss weg. Der muss weg. Der, 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 der muss weg hier. Wie ich den treffe hier. Oh, naja, aber es ist nicht schlecht. So geht das auch. Denn das wird jetzt hier runterfallen und das sehr instabil machen hier. Jawohl. Okay, das fällt. Baum gefällt! Oh, das war jetzt nix. Schießen wir ins Loch rein da. Oh, okay. Den da noch. Dann würde ich sagen, wir schießen das da weg. Jetzt muss es fallen. Oh! Du Sau, du! Aber jetzt. Und drei Sterne sind in der Haus. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Wie wir da vorher so viel verschossen haben. Ey, das ist aber ein sehr cooler Level, Leute. So. Mission 28. Gehen wir gleich zum nächsten. Okay, auch sehr interessant. Ich würde sagen, die beiden da oben müssen wir weg. Genau, die Kugeln hier müssen weg. Dann passt das. Dann fliegt nämlich der Rest von alleine. Das heißt, das da. So, das fliegt ja sowieso jetzt runter. Das muss weg. So, der muss weg. Oh, zu dem komme ich leider nicht gescheit hin da. Das ist scheiße. Oh, das wird jetzt schwierig. Scheiße, zu dem komme ich nicht hin. Jetzt brauche ich da zwei Schüsse. Oh, ist das eklig. Das ist eklig. Aber okay. Wir werden sowieso nochmal beginnen müssen. Das schaffe ich hier nicht. So. Fangen wir nochmal an. Leider nicht geschafft. So, wir müssen... ...die ist ein bisschen loswerden hier. Der ist weg. Das ist gut. So. Die müssen noch weg hier. Der ist auch weg. Jawohl. So, dann werden wir den hier mit Schmackes hier umleiten. Dass der da nur ein bisschen rüberfliegt. Das bringt zwar jetzt so gesehen nichts. Aber das da drüben muss noch weg. So. Das geht auch. Und sie fliegen runter. Jawohl. Okay, das haben wir jetzt die beiden hier. Zack da. Dann fliegt das da runter. Wir werden nicht alle schaffen. Das weiß ich jetzt schon, Leute. Aber das ist kein Problem. So, jetzt fliegt das hier. Und jetzt müssen wir den da noch loswerden. Das machen wir, indem wir da einfach draufballern. BIM! Und geschafft. Yes. Jawohl. Haut hin. Zwei Sterne auf jeden Fall. Ist für mich okay. Zwei Sterne ist in Ordnung. Einer wäre mal ein bisschen zu wenig. Zwei möchte ich schon haben. Aber zwei kriegen wir sowieso. Erstens, wenn wir es schaffen. Zweitens, wenn wir keine Extras verwenden. Also ein Sterne ist nur möglich, wenn wir hier diese Ammo verwenden. Aber das macht man ja nicht. Level 29, Leute. Weiter geht die Party. Oh, sehr cooler Level auch. Also die Levels werden immer geiler. Da müssen wir, oder da werden wir das da oben lösen. Und dann in der Mitte hier. So, dann würde ich mal sagen. ZACK BUM BING! So. Genau. Und hier auch noch rein. Wo ist die Kugel? Ich kann nicht schießen. Ah, jetzt. Okay. Wenn ich da drauf drücke, geht das irgendwie nicht. Naja. So. Dann wären wir die da drüben. Müssen das lösen hier. ZACK! So, jetzt fährt das in die Gefriertruhe. Das ist super. Ja. Der muss getroffen werden. Jawohl. Das ist schon okay. Jetzt fliegt das da runter. Aber es wird schwierig werden. Na gut, ein paar müssen nur in die Gefriertruhe. Dann geht's. So. Aber das ist halt schwierig jetzt, ne? Und den müssen wir nur treffen hier. Und dann passt das eigentlich. Aber den müssen wir treffen. Wo, wo, wo! Ah, wir haben ihn. Jawohl. Schön, schön, schön. So, jetzt das noch. Ey, was ist denn jetzt wieder? Achso, weil ich da drauf klicke. Das ist blöd jetzt, weil da will ich hinschießen. Ist ein bisschen dumm platziert hier. Ah, kann man nichts machen. So, jetzt die zwei dann noch. Vor allem den ersten da. Jawohl, wir haben es alles. WACK! WUH! Drei Sterne! Motherfucker, yeah! Nice one! Haben wir geschafft. Also, das ist ein richtig geiles Game. Mir macht das so viel Laune, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich kann es euch nur empfehlen. So, wir sind dann im Level 30. Okay. Oh, nein. Jetzt müssen wir von da unten schießen. Das ist immer ungut, weil ich kann nicht weiter beim Bildschirm raufen. Dann kriege ich nicht so viel Kraft. Das dreht sich auch noch. Oh, alter. Gut, dann werden wir das da mal versenken, dass es hier mal Ruhe ist. Wir müssen das einfach nur lösen hier. Dann sollte das hinhauen, dass die da purzeln, sozusagen. Den müssen wir auch noch treffen hier. Oh, das ist ungut. So, den haben wir auch. Jetzt hängt es hier noch und dann haben wir es, Leute. Zack. Sehr schöner Level. Bisschen einfach zu lösen, wenn man es, ja, wenn man es weiß, ne? Was heißt, wenn man es weiß? Ja, schönes Rätsel halt, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, dass das easy peasy war, aber es war ein schöner Level. Also, der hat auch Laune gemacht. Wir gehen zu Level 31, Leute. So, was haben wir hier Feines? Okay. Dann würde ich schon mal sagen, wir schießen das da ab. Hopp. So. Ah, okay. Das wird dann so instabil. Jetzt muss man das auch treffen hier. Hammer getroffen. Oh, das ist im Weg. Jetzt treffe ich den nicht. So eine Scheiße da. Gut, dann versuchen wir darüber. Ein bisschen höher. So. Ja, so haut es hin. Jetzt muss ich den da treffen. Der muss weg hier. Der ist im Weg. Dann kann ich den nicht treffen. So. Problem erledigt. Wir werden jetzt schauen, dass wir gewinnen. Beziehungsweise, ich kann schon noch alle treffen. Den muss ich auch treffen hier. So, den haben wir. Jetzt möchte ich die da noch weg. Oh, das ist beschissen. Du, weil die Kugeln hier im Weg sind. Aber jetzt. So, dass wir die da loskriegen. Und dann muss ich nur mehr die los. Und wir haben sie eigentlich, wenn ich nicht ganz blöd bin. So, zack und bing. Yeah. Wim mit drei Sternen. Nice one. Oder drei Sternen? Ja. Sehr geiler Level auch. Der war aber nicht mal so leicht. Obwohl ich nur Freischüsse habe. Der war nicht leicht. Level 32. Auch ein geiler Level. Also ich muss sagen, das Spiel wird immer geiler. So, machen wir das da mal weg. Oh, hättest du auch da reingehen können, du. Ja, drei Sterne, wenn es nicht wäre, dann müsste ich das hier wegmachen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Irgendwie. Irgendwie. So. Der fällt jetzt hier auch noch runter. Vorzugsweise auf dieser Seite. Jawohl. Nimmt man den da auch noch mit. Jawohl, Leute. So loben wir uns dann das. Sehr schön. Den treffen wir vielleicht noch. Jawohl. Wir treffen den. Tschüss da unten. Da hängt noch. Ja, den haben wir auch getroffen, glaube ich, oder? Sollten wir getroffen haben. So, wir werden den Mist hier weg. Hier hängen zu viele Weintrauben rum. Krieg runter. Ja, schön, 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 Leute. So, dann hauen wir den da zu. Zum Teufel. Alle werden wir nicht treffen, weil die hier, ich weiß nicht, wie die tot machen soll. Ob ich den da oben jetzt treffe, das ist auch ein Geheimnis. Und getroffen. Haut doch hin. Der hier wird auch getroffen werden. Ja, haut hin. Weg ist es. Gewonnen. Yeah. Zwei Sterne, glaube ich. Na, was heißt, glaube ich? Die zählen nämlich auch. Zwei Sterne. Aber das ist okay. Besser wie einer. Einer, das geht gar nicht. Da müsste man die Ammo verwenden, wie gesagt. Level 33. Was haben wir hier für eines? Da schieße ich doch gleich mal so. Wuhu. Da springt er rum. Nice one. Und im nächsten geht er auch noch rein. Und da geht er vielleicht auch noch rein. Na, nicht ganz. Aber den ersten. Interessanter Level. So, das machen wir jetzt hier nochmal. Zack. Jawohl. So, den da noch. Zack. Und rein, rein, rein. Oh, hätte es aber auch in die Gefriertruhe gehen können. So, dann hier. Und den trifft er auch noch. Bleiben nur mehr die zwei da über. Die haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Und hier haben wir. Einige zumindest. Den auch noch. Jawohl. Läuft, Leute. Da können wir versuchen, alle zu treffen. Ich schieße da jetzt da drauf. Oh, alle werden es wohl nicht werden. Schieße mal hier in die Menge. Zack. Wir haben noch nicht einmal die Gefriertruhe getroffen. Das ist nicht so schlimm, aber ich sage es nur. Oh. Aber jetzt trifft wir es. Zumindest, ne? So, den haben wir. Wir könnten. Na, wir werden es nicht mehr schaffen, Leute. Ich beende das mit zwei Sternen. Wir hätten nur mehr zwei Schüsse. Also. Ja. Aber interessanter Level. Cooler Level. Auch. Wie gesagt, die Level sind doch sehr unterschiedlich. Das müsste ich auch mal betonen. Wer von Anfang an zuseht. Also alle gleich kann man hier nicht sagen. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Da macht jeder Level aufs Neue Spaß. Es schaut aus, die sind schon wieder sowas da. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Smile. Äh. Sehr interessant. Das Problem ist nur, die muss ich jetzt oft treffen. Oh. Das wird schwierig. Ah. Das wird schwierig. Äh. Das wird schwierig, Leute. Oh. Da weiß ich nicht, wie wir den Level schaffen. Die muss man nämlich oft treffen. Das wird jetzt schwierig werden. Wir werden da jetzt mit Schmackes draufhauen. Was ist das ab? Oh. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Das wird schwierig. Das wird schwierig. So. Dann den da. Also die beiden. Oh. Die beiden habe ich gesagt. Oh. Jetzt wird es aber wirklich hart. Langsam. Sehr, sehr schwieriger Level. Bei dem hoffe ich ehrlich gesagt, dass man überhaupt schaffen. Also nicht so leicht. Aber schaffen wäre man. Schön in die Mitte da. Oh. Den einen da, den kriegen wir auch noch. Wie viel haben wir noch? Oh. Letzter Schuss. Okay. Aber da werden wir treffen. Und wir haben ihn geschafft. Sehr schwieriger Level. Also das ist der erste, wo ich sage, da hatte ich schon Bange, dass man gar nicht schaffen. Aber wir haben ihn geschafft. Mit zwei Sternen sogar. Wie immer, wenn wir keine extra Mooney verwenden. Und wir gehen mit Begeisterung zum Täterete. Level 35. Yeah. Oh. Jetzt wird es aber langsam wirklich hart hier. So. Dann schießen wir da. Volle Wäsche. Mit Schmackes, dass das hier. Oh. Jawohl. Den zweiten trifft es an. Oh. Ich werde versuchen, die zu treffen, die nötig sind. Und der da noch. Oh nein. Ich habe ihn nicht getroffen. Scheiß Dreck. Da müssen wir noch mal draufheizen. So. Dann. Den da. Wieso habe ich den nicht getroffen? Der ist doch hingegangen. So ein Scheiß. So. Aber ziemlich haben wir hier wenigstens aufgeräumt. So. Jetzt werden wir den abschießen. Zack. Jawohl. Den haben wir auch. Jetzt fehlen nur mehr die da. Da schießen wir so. Den haben wir auch. So. Dann fehlt nur der und der. Der ist aber immer was im Weg. Das ist ein Scheiß jetzt. Oh Gott. Nur zwei Kugeln. Das wird jetzt eine knappe Sache. Aber es ist machbar. Wir haben es. Oh. Sehr, sehr schwieriger Level. Hier alle treffen. Good night. Und das wäre eine Lebensherausforderung. Und dann auch noch ohne die Extrawaffen. Aber wir haben es geschafft mit zwei hervorragenden Sternen. Level 36, Leute. Oh, das ist wieder so ein cooler Level. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Das ist so geil, Leute. So. Da schießen wir einfach mal da rauf. Der bannt sich seinen Weg hier und randaliert richtig hier. Und das fällt schon fast zusammen. Yeah. Den da oben einmal treffen. Das ist ein richtig cooler Level. Der ist echt nice auch, Leute. So. Den da abschießen und dann war es. Den muss ich jetzt nur mehr treffen. Irgendwie. Da muss man irgendwie da. Jawohl. Wir haben es getroffen. Ich glaube, jetzt fliegt alles runter. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020